So viel Zucker ist in Cola und so viel Zucker und Zusatzstoffe sind in AirUp. Aber wenn nichts drin ist, wie kann es dann überhaupt nach etwas schmecken? Mal wegen der Wissenschaft. Wir schmecken zu 80% über die Nase. Und da schmeckt man auch AirUp. Und einfach Wasser, Pott, aktivieren, trinken. Mit jedem Schluck kommt ein bisschen Luft. Der Pott füllt diese mit 100% natürlich im Duft. Und schon trinkt man pures Wasser, frei von Zusatzstoffen, aber voller Geschmack. Jetzt AirUp entdecken auf air-up.com